Oh, was? Was? Muss man dein Auto putzen? Videoaufnahmmodus? Ich hab irgendwelche zwei Tasten gleichzeitig gedrückt, aber wir nehmen wieder auf. Wir sind wieder dabei in der nächsten Folge von Sintrosis hört und der Oldman, der... Oh! Versucht hier schon wieder irgendwelche Sachen. Oh, hier, guck mal, hier ist Meuterei. Ja, das hab ich dir doch eben gesagt, da ist die Polizei und eine Straßensperre, aber du hörst mich ja mal nicht. Au! Auf wen rennen die denn? Hört mir mal nicht zu, junge Frau. Wie finden sie das? Die suchen doch jemanden, oder die haben... Guck mal, die sind bei uns, die sind bei dem Motorrad. Ja, das hat der hier geklaut. Der hier. Mach jetzt keinen Blödsinn. Mach jetzt keinen Blödsinn, geh da nicht hin. Ich will doch bloß mal gucken. Wir könnten vielleicht auch mal wieder eine Mission machen. Was hältst du denn davon? Au! Ich war auf dem Zebrastreifen! Blöde Bullen, ich hol gleich meine Panzerfaust raus. So, wir... Hier war die Dicke, ich muss mich verstecken. Ach man, mach mich doch mal in Ruhe. Super, mir war. Was passiert? Das kommt davon! Holt mich zurück! Ich geh ran. Nein! Doch! Wie soll ich denn hier wegkommen? Warum sagst du Idiot zu mir? Sag mal, geh ins Wasser! Mach ich jetzt. Blöde Kuh. Ah, zuverspringen. Und komm hierher! Seht zu, wir haben Auftrag! Hey, Luchadora! Mache Hinder! Ich lasse erstmal ein Fahrzeug kommen. Jetzt habe ich ja wieder ein Menü. Das ist manchmal richtig zum... Nicht-Verstehen. Jetzt werde ich schon wieder beschossen! Ich habe eins! Oh, was hast du denn gemacht? Was? Ich bin gleich tot! Ja, ich stehe hier nur an der Straße und werde beschossen. Kann ja nicht anders ein stillgelegtes Pullenfahrzeug. Hast du ein Polizeiauto genommen? Ja. Oh, du bist sowas von blond. Ja. Aber sowas von... Ich... Ja, ich wollte eigentlich im Menü... Ich verstecke mich jetzt hier erstmal hinter der Mauer. Dann kannst du in Ruhe mit der Polizei spielen. Ja, warte, ich mache die Fahne schon weg. Ich gehe im Dings kurz rein. Zack. Wenn du auch reinkommst, ist er auch weg. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Jedes Mal das gleiche Theale. Ich kann mir jetzt nur den Bildschirm angucken. Und einen Schluck aus der Buddel nähen. Spackt das bei dir schon wieder rum, oder was? Ja. Eben, meine Güte. Tja. Vielleicht hilft es ja nicht, die Waffe auf dich richte. Mach hinne! Schnelle! Ich kann hier nichts machen. Reagiert nicht auf meine Tastatur und wenn ich hier auf die... Jetzt stehst du sogar. Das kann nicht sein. Ich glaube, das ist abgestürzt. Nein, mach keinen Mist. Doch. Du hast es kaputt gemacht. Ich habe die Spielsitzung verlassen. So und jetzt? Toll. Siehst du? Ich bin raus. Jetzt gehe ich um Fredly Fire rein. Jetzt bin ich fahren und wenigstens los. Ja, jetzt kannst du aber dann auch mal... Jetzt geht's wieder. Ja, komm wieder rein. So, warte. Nein, ich muss doch ne... Ich wollte doch ne Route legen, damit wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Du bist doch gar nicht mehr bei mir im Spiel drin. Jetzt bin ich raus. Ein Verbindungsfehler. Das wird wahrscheinlich auch das Problem sein. Ja, deswegen warte ich ja, dass du wieder bei mir reinkommst. Oder muss ich dich jetzt wieder einladen. Bleib doch mal ruhig, Mensch. Bei dir geht das auch nicht so schnell. Schneller. Erstmal durch die ganzen Menüs klackern. Nimmst du noch auf? Ja. Oh! Oh, jetzt bin ich im Domizil. Ja, warte, ich komm zu dir. Ohne Bullenauto. Ohne Bullenauto. Ich ruf mir ein Auto. Hast du gepupst? Nee, du? Doch. Ey, wieso kann ich mir kein Fahrzeug liefern lassen? Achso, weil ich noch in Missionen bin. Hast du das Missionssymbol auch? Ja, nee. Das blaue Dreieck? Warte mal. Nein, das ist bei mir weg. Mist. Und ich kann kein Fahrzeug rufen, weil wir in Missionen sind. Jetzt ist es auch weg, hä? Jetzt sehe ich dich auch. Hallo. Hier steht ein Polizeiauto. Das lassen wir aber stehen. So, ich mache jetzt das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Oh, ich kann auch mal Bargeld abholen. Das konnte ich vorhin auch. Und dann ist es abgestürzt. Ich werde jetzt ein Fahrzeug organisieren. Bargeld habe ich auch mal geholt. Organisiere was, Johnny. Organisiere was, Johnny. Du hast mal ein bisschen Geduld. Du hast aber eine hässliche grüne X-Nase. Der hat sein hässliches rotes Auto im Erhang. Und du musst es immer kaputt machen. So, hast du eine Route? Nö, ich habe gar keine Route. Er steht da die ganze Zeit und lässt sich über meine Nase aus, aber sich mal um die Arbeit kümmern. Oh! Wir sollen zum Start der Aktivität. Oh Gott. Hast du das gegriffen? Ich schmeiß dich gleich aus meinem Auto raus. Wieso, hast du einen Schleudersitz? Ja. Und dann hast du einen Schleudertrauber. Und du hast einen Schleuder. Du kannst dir gleich einen Schleudern. Nö, hä. Nein, ich wähle lieber mit der Salami. Nicht mit der Palme? Boah, das ist jetzt aber gut. Ich bin vor, für eine Fleischpeiche. Oh, jetzt ist, jetzt hör auf. Du stellst dich die, die Aufnahmen zu einer nicht jugendfreien Zeit zur Verfügung. Ja, und? Ja, da kannst du nicht solche, solche Dinge erzählen. Ach, sowas schon wieder. Das ist cool. Ich bin vor allem, einfach relax. Easy für dich zu sagen, wenn du nicht folgst. Ah, da. Lindsay, ich habe vorher folgst. Nur trust mich. Es ist keine Chance, eine Frau zu kämpfen. Da kommt wieder weiter. Ende, Ende, Ende. Oh, der fährt hier um. Oh. Das war echt gut. Oh. Das war echt auszusehen. Ah, es juckt im Ohr, es juckt im Ohr, es juckt im Ohr. Oh. So lange es nicht im Arsch juckt. Na, da juckt es auch, aber das wollte ich jetzt so nicht sagen. Du musst nachladen. Das mache ich jedes Mal in der Pause. Da kommt wieder einer. Da kommt einer. Yeah, wir sind die Besten. Achtung, nachladen. Da kommt wieder einer. Oh. Wo ist er? Da. Voll auf dem Tank. Wir sind's im Kuh nachladen. Da kommt wieder einer. Hoch noch einer. Also, ich kriege da auch was ab bei den Explosionen, ne? Ja, aber minimal. Minimal. Ja, aber es geschafft. Lauf, 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 lauf. Wir haben Verbesserung freigeschaltet. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der mit der offenen Klappe. Da kommt das Auto. Los, geh rein. Rein, zieht durchs Gebäude? Nein, bei mir nicht. Bei mir war alles gut. Oh. Oh. Okay, hier, hier. Meine. Ne. Meine. Haben wir Bommeln gesehen? Oh, wie die. Oh. Die wackeln. Wir müssen auf die Winkel achten. Ich kann bloß knapp um meine Kante gucken hier, ne? Ich kann gerade nur auf deine Bommeln gucken. Die wackeln nämlich so schön. Ja. Oh. Auch ich habe rein. Oh, da. Oh. Haben wir ihn erwischt? Nein. Jetzt. Da ist noch einer. Wo? Da war noch einer. Ich sehe den nicht, der ist verdeckt. Jetzt ist er weg. Ja, du hast hier einen sehr eingeschränkten Radius zum gucken. Also, das wird... Der Radius. Ha. Geschossen, wa? Ich habe gar nichts gesehen. Da ist wieder einer, da komme ich nicht ran. Das ist, warum du nicht mehr rauskriegst. Yeah, Baby. Yo. Ne, aus meiner Seite, von meiner Seite kommen keine. Ich habe dir gerade... Was hast du für Schuhe an? Führe ich dir ein. Wieso? Hackenschuhe? Warum? Hast du Nikolaus geklaut hier, oder was? Ey, hallo, ich muss auch... Vorsicht! ...rechte Reize haben. Das ist ja... Brechreize erzeugst du damit. Ja, bei dir vielleicht. Ich stehe auf solche Scheiße. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Leuten mit Geschmack. Wieso? Tja. Na, das ist dein Geschmack. Ja. Dein Geschmack. Schön vorsichtig, was du da machst. Ganz vorsichtig, was du jetzt sagst. Guck mal, was du mit dem Auto machst. Ja, es lebt doch noch. Ja, noch. Seh dich mal ein bisschen vor mit deiner Ballerei. Ich könnte auf meinem Computer sein, aber nein. Niemand hat gesagt, dass ich als Person zu werden. Der Mann hat nie einen Schuss gehabt. Haben wir es geschafft? Hä? Ich glaube nicht. Schlitzel? Ja, man schießt... Ja, du hast... Aber das Auto war nicht kaputt. Oh, vielleicht war das jetzt eben zu dicht. Mit dem Großen. Nochmal. Das kann natürlich sein, ja. Aber das Auto war nicht kaputt gewesen. Ich hab hier gesehen. Oh! Tut das Not. Oh, guck mal, vorsichtig. Er hat jetzt schon fast ein Viertel verloren. So, jetzt müsste noch mindestens einer kommen. Wo ist sie denn? Du geh weiter! Ja, jetzt gehen sie wieder aufs Auto. Was macht sie denn jetzt? Ja, verstehe ich nicht. Da. Wir sollten vielleicht mehr auf die Person schießen, anstatt auf die Autos. Ja, das ist richtig. Das mache ich ja auch. Da kommt wieder einer. Hey, was willst du dich? Ich traf gerade nicht. Bis jetzt sieht's ja noch ganz gut aus. Naja, gut, wenn sie weit genug sind, weg sind, können wir auch aufs Auto schießen. Ne? Aber nur, wenn sie so dicht sind halt. So, wir kommen, wir kommen. Hier sind zwei. Oh, und da doch nach. So. Da. Hier unten. Oh. Sie hat nichts abgekriegt. Auto ist da. Ja, ja, jetzt kriegen wir die anderen Dinge wieder. Jo. So, nun hoch mit dir. So, rein da. So, wollen wir gucken, ob wir es diesmal besser machen, wa? Bommeln. 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 Wackelt endlich, ihr Bommeln. Ihr müsst wackeln. Oh, sie haben gewackelt. Zitterbommeln. Los, bobbeln nochmal. Ja? Oh. Oh, nicht schießen jetzt. Oh, nicht auf den schießen. Du kannst aber jetzt nicht auf den schießen. Das wird ne Begattung. Oh. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich kann nur hinter ihn schießen knapp. Hat er was abgekriegt? Ganz, ganz wenig. Na, dann ist gut. Ich könnte auf meinem Computer gewesen sein, aber nein. Da wieder. Vorne. Ich sehe das nicht. Du verdeckst es. Hallo? Spielst du noch mit? Ja, klar. Weil du hast dich eben nicht bewegt. Ja, ich konnte dich rechtzeitig schießen. Das war das Problem. Ich musste warten, bis er vorbei ist. Und jetzt? Dafür hätte er jetzt gleich zwei gekriegt. So ist es richtig. Da kommt wieder was. So, hier kommt... Ich komme zum anderen Fall. Beschütze deine Begleiter. Schön vorsichtig. Ich könnte zu Hause auf meinem Computer gewesen sein, aber nein. Niemand hat gesagt, dass ich in der Kante sein kann. Ja, ja, ja. Deswegen. Jetzt sehe ich nichts. Ich kann nicht ganzes Auto anvisieren. Das ist so dicht an der Kante gewesen. Das ist der Baum im Weg. Jetzt nicht schießen. Jetzt. Das ist, warum ich nicht rausgekommen. Achtung, da vorne. So, jetzt abwarten. Gut. Ja, ich habe es auch, wa? Das war nur prophylaktisch, weil da ein Polizeiwagen stand. Ja, das... Jetzt sehe ich es mir gar nicht. Das ist... Das ist... Der Winkel... Das ist eine bescheuerte Kameraführung, ne? Der Winkel ist sowas von rotze, ey. Aber es sieht noch ganz vernünftig aus, auch wenn das Auto nicht mehr vernünftig aussieht. Ich glaube, jetzt habe ich dich mit erwischt. Nö. Mein Bein ist noch dran. Meinst du? Meine drei Beine. Oh, was macht der denn hier? Oh, da sind dicke Dinge. Oh, 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 oh. Oh, ich habe aber nicht auf die Siege geschossen. Ich habe das Auto erwischt. Lass da vorbeifahren. Jetzt. Mann, das dauert aber auch lange, ey. Hauptsache, wir verkacken das jetzt nicht. Schön aufpassen. Achtung. Oh, ja, toll. Weiter verfehlt, ne? Ne, jetzt ist es in den Strommast gegangen. Und jetzt? Haben wir es erst geschafft? Aromenschaft freigeschaltet. Ins Licht. Ich glaube, wir haben es geschafft. Bei mir nicht. Yeah. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So muss das laufen. Respeck habe ich auch gekriegt, ein bisschen. Ich warte auf Dr. Skrippel. Ah, nicht so schnell, ey. Ich bin ja mehr schnell. Boah, jetzt haben wir wohl ein gleicher Marsch, ey. Ist hier irgendwas zu verstecken? Ich habe ein Auto. Ja. Warte, ich komme rum. Neuer Auftrag verfügbar am Tabulator. Hm. Ich sehe schon. Bist du noch? Ach, klar bist du. Guck nach, ob man sich hier irgendwas in der Nähe hat. Warte, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Steig rein, steig rein, steig rein. Nein, ich mache Fettflecken. Ich mache Fettflecken. Geht mal los. So, dann guck mal nach dem... Dass wir unsere Aufmerksamkeit loswerden. Guck mal schnell. Ja, ja. Hier können wir einen Arzt kaufen. Nee, ja, der hilft auch. Wo ist der Arzt? Mach mal. Das haben wir schon gemacht. Du musst genau einmal umdrehen, bitte. Und dann geradeaus. Ja. Nächste links. Was war das für ein Geräusch? Ich höre alles. Weiter, 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 weiter. Nein, ja, wo willst du hin? Ich lecke wieder. Hm, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nee, das ist ein schöner Anblick. Ich mache mal ein Screenshot. Oh, jetzt wackelt auch nur das Auto. Ich hänge hier in der Luft. Heute ist der Wurm drin, ne? Heute ist richtig der Wurm drin. Oh. Das Programm wurde im Kompatibilitätsmodus gestartet. Möchtest du trotzdem? Ich möchte gerne meine Maus wieder haben. Ich bin jetzt rausgeflogen. Schon wieder? Jetzt bin ich wieder drin. Ja, aber nicht bei mir, oder? Du sitzt noch neben mir. Nee, ich laufe hier gerade auf der Straße weg. Du sitzt tatsächlich noch neben mir. Ja, ich möchte speichern. Und ich möchte, dass hier das Programm verschwindet. Nein. So. So, dann hast du nur vor deinem Windows 8.1. Das liegt nicht an Windows 8.1. Ich habe vorhin auch gespielt. Ohne Probleme. Das liegt eher an Steam Beta. So. Wie viel Zeit hatten wir denn um? Och, wir sind noch nicht ganz bei einer Folge. Aber ich gehe jetzt einfach ohne, nee, nee. An die Bandenoperation gehe ich alleine nicht ran. Warte, laden. Ich werde mir diese Anfragen geben im Spiel, also. Welche Anfragen? Von dir. Ich habe dich doch gar nichts gefragt. Doch, doch. Würde ich nie machen. Du wolltest mich in mir eingleiten. Ich bin jetzt im Domi-Ziel. Ich nicht. Ich bin jetzt bei diesem Gesichtsschirurgen. Ja, das ist auch besser. Um dein Gesichtsschirurgen zu verkanten. So, ich hole mir jetzt erstmal ein stylisches Fahrzeug. Und dann gucke ich mal, wo du bist. Ich habe mir erstmal ein Image as Design gekauft. Da gehe ich jetzt auch rein. Ja, da bleibt er mal, dass ich dich da finde. Ach, da oben bist du. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber die Fahndung geht hier nicht weg. Aber du bist ja auch wieder im Spiel. Das kann auch da ran liegen. Ja, ich fahre hier gerade ein bisschen Auto. So. Oh, da sind ja richtig zwei schöne Lichtstrahlen. Nach ganz oben. Hier ist auch noch eine Mission, die wir noch nicht gemacht haben. Ich fahre jetzt über eine Brücke. Jetzt fahre ich durch die Lücke. Oh, jetzt fahre ich wogegen. Was wechselt der auch die Spur vor mir? Ohne zu blinken. Werde ich von der Polizei verfolgt? Das hört sich so an. Oh, ich muss aber immer noch weiter geradeaus fahren. Jetzt bin ich da. Aha. So. Schnell kaufen. Und reingehen. Ups. Rein, 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 rein. Kann man die Tür nicht zumachen? Ich verstecke mich hier. Wir sind die Fahndung. So. Warte mal ganz kurz. Es dauert nicht lange. So. Zurück. Übernehmen. Zurück. Zurück. Übernehmen. So. Fertig. Was hast du jetzt gemacht? Nix. Du hast eine Glatze. Die hatte ich vorher auch. Dir fällt aber auch nichts auf, ne? Nein. Was soll denn sein? Deine Bommeln, Bommeln nach wie vor. Warst du beim Friseur? Die Bommeln sind wieder größer. Und warum rülpst du mich andauernd an? Wieso rülpst ich dich an? Hast du gesoffen? Du hast gerülpst und schon sind die hinter uns her. Hey, kann nicht sein. Ich geh wieder rein. Das ist deine Spottgeste gewesen. Das ist nur der Typ hier. Ja. Wir haben morgen Sternfahndung. Was gluckert denn da immer bei dir? Hier gluckert gar nichts. Ich weiß nicht, was du hörst. Du hast ihn ja immer noch nicht kaputt gemacht. Ich bin hier. Komm hier rein. Ja, komm jetzt auch. So, Fahrungswerk. Ich geh wieder raus. Guck mal, wie er hier steht. Ja, und er hat seine Freunde mitgebracht. Hier steht mein Gefähr. Komm, hier ist eine Bandenoperation. Die machen wir jetzt noch zum Abschluss der Folge. Wo, 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 wo. Hätten wir doch hinfahren können. Die ist hier um die Ecke. Ja, und? Was ist das für ein... Ich nehme gleich mal den Raketenwerfer. Oh, ich habe nur noch einen Schuss im Raketenwerfer. Oh, hier sind ja aber einige. Eins, zwei, zwei, jetzt. Fertig. Und wieder rein in den Laden. Schnell, schnell, schnell. Ja, mit dem Fahrzeug wäre das besser. Ich bin schnell genug. Du bist die lahme Mexiko-Schnecke. Ich hole dich gerade ein, nur mal so am Rande. Nö. Kann gar nicht sein, ich bin drin. Oh, nein. Nein! Maus. So. Oh, das hätten wir geschafft. Okay, komm mal raus, wir verabschieden uns für diese Folge. Wir verabschieden? Ja, wir verabschieden. Oh, da ist ein schickes Auto. Oh, das gefällt mir. Da gehe ich jetzt erstmal rein. Hui. Komm rein. Komm in mein Torch. Mädel, ich zerkratze das Ding hier. Aber komm mal, komm mal hier. Ich stelle mich aufs Auto, wir surfen. Und dann mache ich voll Pause. Dann stell dich rauf. Auf mein Torch. Ups. Oh, was sampelst du denn da rum? Ich bin zampelst, Philipp. Ja, hyperaktiv. Warte, warte. Andere Richtung. Ich will mich in die andere Richtung drehen. Guck dir den Opa an. Warte, warte. Andere Waffe. Muss cool aussehen, muss das. Wo ist meine Pistole? So, liebe Freunde. Du rutschst runter. Dann muss ich mich weiter vorne hinstellen, warte. Ja, da vorne hinstellen. Da kannst du nicht runterrutschen. Oh, ich kann so nicht fahren. Ich bin abgelenkt. Ich kann in die Hose gucken, in den Schritt. Was erwartest du von mir? Ich bin ein Mauten. Das war's für diese Folge Saint Rose, Sir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und der Oldman, der kann vor lauter Schönheit gar nichts mehr flicken. Oh. Okay.